Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Die drei Muskeltiere D'Artagnan. In diesem Film geht es um den jungen D'Artagnan, gespielt von Französ Civil. Ich versuche die französischen Namen ungefähr so zu sprechen, wie sie geschrieben werden. Der gerne ein Muskeltier werden möchte und abgesehen davon, dass er jemanden, den sein Vater kennt, fragt um eine Empfehlung, trifft er nach und nach auf die drei Muskeltiere. Als erstes trifft er auf Aramis, gespielt von Roman Duris. Mit dem macht er ein Duell aus an einem bestimmten Platz um 11 Uhr. Mit Patros, gespielt von Pio Marei, mit dem macht er ein Duell aus an denselben Ort für 12 Uhr. Und dann trifft er auch noch auf Arthos, gespielt von Vincent Cassel, den man zum Beispiel aus dem Jason Bourne Film kennt. Mit dem gerät er auch aneinander und macht mit dem auch ein Duell aus um 12 Uhr. Aber dahin einfällt, dass er da ja schon ein anderes Duell hat, fragt er aber nicht um ein Uhr mit dem Duell machen kann. Ja, gesagt, getan. Ja, sie duellieren sich, beziehungsweise wollen sich duellieren. Dann kommen ein paar Wachen von dem König, die denen erstmal sagen, dass das überhaupt gar nicht erlaubt ist, sich zu duellieren aktuell. Aber man verkauft denen das so ein bisschen oder man will ihnen das verkaufen, dass das ja nur eine Übung ist für den jungen Datayong. Und dass das alles überhaupt kein Problem ist. Aber die Situation eskaliert ein wenig, beziehungsweise eskaliert dann ganz schön. Und ja, Arthos wird verurteilt und zwar durch Enthauptung. Was die anderen Musketeere natürlich überhaupt nicht mögen. Aber das ist nur ein Teil der Story. Denn der andere Teil der Story ist, dass in dem Königreich ganz viele Dinge abgehen, von denen der König nichts ahnt und die nicht gut für sein Königreich sind. Also da sind so zwei Handlungsstränge, die immer wieder ein bisschen kreuzen, aber die dann doch immer teilweise ein bisschen getrennt voneinander operieren. Was dem Film natürlich dann so ein bisschen eine gewisse Dynamik gibt, wo man sagen kann, ja, es ist sehr interessant, das zu verfolgen. Aber das ist jetzt nur mal so der Grundriss von der Story. Was ich wirklich zu dem Film sage, ist, was auf jeden Fall richtig gut ist, kein CGI. Es scheinen echte Schlösser zu sein, es scheinen echte Kulissen zu sein, es scheinen echte Räume zu sein. Alles handgemacht, wo ich jetzt sagen muss, das gefällt mir richtig gut. Das ist auch für den Film wirklich passend. Und genauso wie die Kostüme, also ich bin kein Historiker oder so, aber die Kostüme fand ich für den Film sehr, sehr passend. Das gefiel mir auch richtig gut. Da muss ich sagen, die meisten Schauspieler sind nur so in Anführungsstrichen nur in französischen Produktionen tätig gewesen und sind jetzt so im internationalen Bereich kaum vertreten. Deswegen habe ich da jetzt auch keine Filme oder Serien genannt, weil die meisten von uns die wahrscheinlich eh nie gesehen oder gehört haben. Außer halt der Vincent Cassel, den man halt aus dem Jason Bourne Film kennt. Was aber nicht schlecht ist, im Gegenteil, die machen eine echt gute Figur alle drei, beziehungsweise alle vier als Musketiere. Muss ich echt sagen und auch wenn da schon die, ich habe keine Ahnung wie viel der Verfilmung von den drei Musketieren ist, muss ich sagen, dass sie da echt einen guten frischen Wind reingebracht haben. Erstmal dieser Dattalion, der wirklich nicht auf den Mund gefallen ist und auch wirklich keiner Stratigkeit mehr oder weniger aus dem Weg geht. Dann natürlich auch die anderen Charaktere, der König, die Königin, der Kardinal, der da auch nicht so ganz koscher ist und alles und so. Und echt Respekt, Respekt für eine europäische Produktion, finde ich das richtig gut. Ich weiß nicht, wie viel Geld da reingebuttert wurde, aber das, was man wohl mit dem Geld anfangen konnte, haben sie wirklich exzellent umgesetzt. Ich bin echt gespannt, wie der Film beim Mainstream-Publikum so ankommen wird, weil europäische Produktionshams manchmal nicht so leicht. Beziehungsweise, auch wenn das absolut nicht der Fall sein muss, dass europäische Produktion eine schlechtere Qualität nachgesagt wird als große amerikanische Produktion. Was ich aber sagen muss, dem Film merkt man das nicht an. Nicht wirklich. Also es hätte auch genauso gut eine Hollywood-Produktion sein können, die halt ein bisschen geerdeter halt ist. Nicht so übertrieben oder sonst irgendwas. Das kommt dem Film auch wirklich zugute. Der Film ist wirklich nicht übertrieben dargestellt. Die Sachen sind eigentlich, ob sie jetzt historisch alle hundertprozentig richtig sind, lasse ich auch mal dahingestellt sein. Aber es passt alles wirklich gut zusammen. Es passt wirklich so vieles zusammen. Man kann sich da wirklich hundertprozentig in die Charaktere hineinversetzen. Die Charaktere sind von allen Leuten gut gespielt. Man hat da wirklich nichts, wo man jetzt sagen kann, okay, das war jetzt absolut unpassend für den Film. Also da muss ich sagen, hat man wirklich ein echt gutes Talent bewiesen. Was das Casting angeht, was die Auswahl der Drehorte angeht, was die Kostüme angeht, was so dieses ganze Drumherum angeht. Da hat man echt ein gutes Händchen bewiesen. Und da muss ich sagen, Respekt, Leute. Absolutes Respekt an das ganze Team. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Tourenbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Ja, da sind wir wieder. Ja, also ich muss sagen, ich war von dem Film echt begeistert. Das war interessant, mal diese Neuauflage mal wieder zu sehen von den drei Musketien, von denen es ja schon so einige Verfilmungen gibt. Hat es mich echt interessiert, wie es jetzt in der heutigen Zeit umgesetzt wird, beziehungsweise wie das mit den heutigen Möglichkeiten umgesetzt wird. Und ich muss sagen, die haben echt einen guten Job gemacht. Sowohl was das Casting der Charaktere angeht, was die Kostüme angeht, die Drehorte, wie ich eben schon sagte. Und das ist alles hier nicht mit CGI, Greenstream und so was alles gemacht wurde. gefällt mir wirklich richtig gut. Und von daher gebe ich den Film zwischen vier und fünf Totenköpfen, weil der Film echt interessant ist und mir der Film wirklich richtig gut gefallen hat. gebe ich genau diese Bewertung den Film. Ja, wenn euch gefällt, was ich hier mache, dann lasst doch ein Abo da und ein Like und schaut doch auch mal unten in die Videobeschreibung. Da sind ein paar interessante Links, die vielleicht den einen oder anderen für euch interessant sein können und durch die ihr meinen Content unterstützen könnt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.